Das ist jetzt der gefühlte vierte, fünfte Bauer nonstop in Serie vom Herrn Lechner aus Stein. Er hält sich damit richtig gut im Spiel. Und der Gegner ist leicht irritiert mit Lechner. Wir nehmen das Schläge. Zehn, fünf, 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 fünf. Das ist ein haarscharfes Ergebnis. Aber so ist es nun mal Tischtennis. Wenn man gut genug ist, steckt man es weg. Und ich denke, der Jonas ist gut genug. Er hat den eigentlich alles entscheidend. Kann ihn aber nicht verlieren. Jetzt schaut das Ganze fast so aus, als wäre es dramatisch gewesen. Wie steht es in Sätzen, Jungs? 2-2. 5. Satz. Und den findet man, wie alle Videos zum Turnier, auf dem Kanal. Reinhard Steinbrecher. Wer kennt ihn nicht? Unter Lechner gegen Schlegel. Da, 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 da. Welchen ersten Stil alle keiner verfallen? Macht geht. Also, 5. Satz. Ich verwirre dich irgendwie 10-6 auf, um dann 11 Uhr zu verlieren. Einfach neu suchen, weil ich muss ja ausklinken, der Akku macht Platz. Ja. Ja. Ja.